Hi Leute und willkommen zu Thea of Vesperia. Im letzten Part haben wir Alexei gefunden und werden jetzt versuchen, Estelle zu retten. Aber zuerst beklauen wir die Ritter noch. Ich habe Flinten in die Gruppe geholt. Ansonsten war ich noch mal kurz draußen, habe gespeichert. KPTP aufgeladen. Achso, ich wollte gucken, ob Judith dieses andere Ding anhat. Das müsste sie halt unbedingt leeren. Vita. Komm, ich muss noch Kämpfe machen. Ich muss gucken, wie wir das jetzt ohne Heile hinbekommen. ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. All right, who's next? Hat nicht gereicht. Schade. Okay. Das ist großartig. Nein, keine Wausse angriffen. Nein. Wir sind weg. Wir sind weg. Okay, zwei Wege. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Es ist großartig. Das ist großartig. we can afford here you let's make a map as we go you're always carol can you do this yeah we'll be in a lot of don't see endlich mal das ganze spiel über haben will man so 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 ich bin so kurz davor mir einfach den Weg aus so 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 Leuchten. Das ist hier so ein komisches Loch in der Wand. Oh, wie geht's runter? Wer ist los? Nice. Ich hab nur... Nee, lass mich nur. Ne, ne, ne. Sag dich nicht, geh weg. Dich auch nicht. Und wir zurück. Oh, ha. Tak. Was ist das eine Statue? Mit diesem Formen, ich kann nicht wissen, ob es ein Mensch oder ein Monster sein soll. Das ist ein Tempel, nach allem. Das ist wahrscheinlich eine Statue von welcher Deity der Tempel war. Du wißt du, es könnte nur eine Statue von der Antelikea, die wir draußen gesehen haben. Es könnte nicht sein. Ich meine, ein Monster, das ist. Es ist ein... Aber... Nein, ich glaube, es ist möglich. Die Antelikea haben powers beyond die von Menschen, und können in unserer Sprache sprechen. Es ist nicht so strange, dass Menschen sie in der Zeit haben. Die Beziehung zwischen den Antelikea und Menschen ist vielleicht näher, als wir... Vielleicht haben sie entfernt während der lange Zeit... Wenn das so ist, ich wundere, wie viel wir uns vergessen haben. Ich bin sicher, dass es in dieser Welt gibt, die niemals vergessen sollte. Patty? Ich denke, dass ich die Distanz, die wir jetzt haben. Ja klar zei, dass es immer noch größer ist. Aber also richtig, wenn sie raıyorlar, wie sie drinnen und diese Leute stellen können? Was integrate das Dale... Oh Okay, das könnte nur noch ein bisschen dauern Nein, lass mich in Ruhe Und Monster Doch nicht Waffe Es ist die Royal Guard Das muss ich sagen, dass wir auf der Re... Good call, Carol Du bist ein Kapitän, oder? Die Royal Guard nicht auf jemanden, aber... Wir haben nicht viel Zeit Wir werden sie in kein Zeitpunkt Wir werden sie in kein Zeitpunkt Ich bin der König, die wir jetzt nicht verburent Das wurde in die Welt Es ist die Welt Es ist die Welt Es ist die Welt Es ist die Welt Alles ist die Welt Nein, nein Nein, nein Nein, nein Nein, nein Nein, nein Nein, nein We're done. Stronger and stronger. Yes. I don't know what this is, but it looks complicated. This is a barrier that's been locked up somehow with an- Can you open it? It uses an ancient technology. Even I've only seen something like this. I couldn't even guess how long a thorough analysis- I'm guessing we can't just force- Locks usually aren't placed on anything that's easily broken. Yeah, you're right. He probably forced the lock using his stealth. Which means he made her use her power- Lady Esteliz's power- Someone's here. Ninja? Duke? You? How is- Alexei's got her somewhere up ahead- I see. So he has made his move. Are you here because of him too? The air cranny in this region has become severely imbalanced. I have come to re- By restrain? You mean you actually have a way to do- To quiet the air cranny, the cause of the imbalance must be removed. Just come out and say it. You mean kill Estelle. What? That's enough. What is it with blaming all the world's problems on a single girl? An unstable child of the full moon cannot be ignored. You're as hard-headed as Pharaoh. I thought as a human you'd see things differently. Our common bond as humans is nothing. A single life cannot be privileged over the fa- Yeah, never mind that without- Listen. She may be a bumbling sheltered excuse for a princess, but she's one of our- She's none of your con- Do you say that knowing just how great a threat? Well, we know- And if that means having to get up close and personal with you- Very well. The time has come to show me the result. This is Dain Nomos. It is the only manner in which the air may be quieted. Raise it and calm your mind. The sword will take care of the rest. Dain Nomos. Duke, wait! Dain Nomos. That's the name of the sword of the Imperial line that's been missing all this time. What are you doing with it? Who are you? The answers to those questions are not what you should be seeking now. Go. Before you are- Soon. You will learn- He's a cool guy, but way too- If my memory serves me right, we also ran into him in Gasparost. I don't know. I can't even tell if he's- Come on! That formula. It's just like Estelle's. So that sword really is- It's better than before. It opened. It opened. It's just like that. Yo. Special Superkette Bastion. It's just like- It opened. I came here into the world. Yeah, it's so cool. I only had to go into the world. weiter ich nehme an für jeden Charakter eine Waffe sein ok du kannst jetzt ähm stop hat sie jetzt auch wir geben hier einfach mal einfach damit die die stärksten Waffen haben aha nö 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 und Natürlich. There's still a lack of devotion. You're as stiff as ever. That's why you... Yes indeed. Aha. Da bin ich aufgeladen. Hab ich getroffen? Ja. Wenigstens. Ja. Sag ich doch. Sag ich doch. Ja. 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 Das war so fun. Nein. Nein. Ach, kann man... Gehen damit Wege auf, die vorher verschlossen waren, wo nur diese Löcher zu sehen sind? Ja. Okay, jetzt sind wir oben ein der Räume, wo wir nicht reingekommen sind. Ja. Okay. Okay. Was hast du? Ach, du hast den schon. Okay. Und den? Ja. Hast du? Hast du? Ach, man muss die auch in der richtigen Reihenfolge anmachen und die Leuchten bleiben. Lass das, geht weg. Ich dachte, einer hätte das inzwischen benutzt gerade. Das sind jetzt beide an. Ich dachte, einer hätte das inzwischen benutzt. Ich dachte, einer hätte das inzwischen benutzt. Absolut keine Ahnung, wozu das gut ist. Okay, jetzt kommen wir hier wieder irgendwo hin und jetzt auch wieder so eine kleine Lampe. Okay, dann machen wir hier Schluss. Ich gucke mal bis zum nächsten Mal, ob ich es irgendwie hier durchschaffe, damit wir das nicht ganze Durchgelaufe hier aufnehmen müssen. Und dann sehen wir uns. Ciao Leute!